Über die letzten 200 Jahre hat der Dollar über 95% verloren. Hättest du aber in Aktien investiert, so hättest du plus 70 Millionen Prozente gemacht. Das ist natürlich nur deine Entscheidung, ob du das Geld einfach liegen lassen möchtest oder ob du investieren möchtest. Moin Leute, heute schauen wir hinter die Kulissen und gucken uns das Ganze an. Viele sagen, Bitcoin ist tot, Blockchain ist tot, Coins sind tot, keiner macht mehr Videos, Berichte, es kommt nichts mehr. Alle sind jetzt leise und man denkt, es ist wirklich alles tot und es erholt sich nie wieder was. So, aber ist es wirklich so? War das jetzt doch nur eine Blase oder ist das ein ganzes Ökosystem, was wir nicht mehr wegdenken können? Was denkst du? Und heute schauen wir einfach auf die Fakten, auf die echten Fakten. Wie viele Nutzer haben wir? Wie viele Entwickler haben wir? Wie geht das jetzt weiter? Ja, wo sind wir jetzt und wie entwickelt sich das auch weiter? Wenn dich das Thema interessiert, dann musst du das Video auf jeden Fall bis zum Ende schauen. Denn hier geht es nicht um Spekulieren. Wir wollen langfristig anlegen und ein Vermögen aufbauen. So, langsam kommen wir jetzt zu den Fakten. Es ist ein bisschen trocken, aber schau dir das Video echt bis zum Ende an, denn dann verstehst du mehr, wo wir gerade stehen. Also, wir haben jetzt die Nutzerzahlen. Zum Beispiel Binance. Ende 2022 hat Binance 120 Millionen Nutzer. Und das ist im Vergleich zu 2021 das Vierfache. Überleg dir mal, das Vierfache an Nutzern. Und das ist die größte Kryptowelt, äh, Kryptobörse der Welt. So, dann kommen wir zu Coinbase. Coinbase ist die zweitgrößte Börse und Ende 2022 haben die ein Plus von 48% Nutzer. Und somit haben die jetzt 108 Millionen Nutzer. KuCoin konnte um das Dreifache wachsen und hat jetzt 27 Millionen Nutzer, was auch nicht wenig ist. Krypto.com, da haben wir auch selber investiert. Von Februar 2021 bis Dezember 2022 haben die einen Zuwachs um das Siebenfache. Um das Siebenfache. Und somit haben die jetzt 70 Millionen Nutzer. Das ist doch schon gigantisch, oder? Das Jahr 2022 war echt nicht gut. Aber trotzdem sind die Nutzerzahlen gewachsen. Ist das nicht verrückt? So, und jetzt schauen wir auf die Kryptowallets. Wie viele haben wir denn jetzt? So hat sich das Ganze entwickelt. Sehr langsam. Und im Jahr 2021 war ja der Bullrun. Und wir hatten 177 Millionen Wallets. So, jetzt haben wir ein Minus von 42% und das sind jetzt 102 Millionen neue Wallets. So, man sieht hier minus 42%. Hört sich erstmal schlecht an, aber im Vergleich zu 2020 ist das ein Plus von über 300%. Von 32 auf 102 Millionen. Das ist doch schon ein kranker Zuwachs, obwohl der ganze Kryptomarkt komplett gecrasht ist. Um so im Schnitt 70, 80%. Ist das nicht verrückt? Wir haben hier im Vergleich zu 2020 ein Plus von über 300%, was die Kryptowallets angeht. Ein weiterer Faktor sind die Kryptounternehmen. Das heißt, diese Unternehmen beschäftigen sich mit Kryptos. Und diese Unternehmen sind im Jahr 2022 um ganze 7% gestiegen. Und somit ist die Zahl jetzt über 30.000 Unternehmen, die sich mit Kryptos beschäftigen. Das ist auch ein Zuwachs. Das heißt, da besteht Interesse und immer mehr Unternehmer wollen in diese Thematik einsteigen. Was uns natürlich sehr hilft. Jetzt kommen wir zu der Bitcoin Hashrate. Einfach gesagt, es zeigt, je mehr Miner wir haben, desto schwieriger wird es Bitcoin zu Minen. So, und die Hashrate hat jetzt All-Time-Highs, fast täglich. Und das ist sogar mehr als 2017 oder im Jahr 2021, wo wir den Bullrun hatten. Ist das nicht verrückt? Also es wird immer schwieriger, Bitcoin zu Minen, weil es gibt immer mehr Miner. Bevor wir weitermachen, möchte ich dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Das motiviert mich sehr, für euch neue Videos zu machen. Jetzt kommen wir zu den Bitcoin-Transaktionen. Du siehst hier, das Grüne ist der Preis und die blaue Linie, das sind die Transaktionen. So, es ist zwar ein bisschen abgefallen, aber es bewegt sich eher seitwärts. Der Preis ist um 70% gestürzt, aber die Transaktionen bleiben stabil. Das zeigt, dass die Blockchain von Bitcoin ist nicht tot und es wird immer Geld hin und her überwiesen. Und die Transaktionen bleiben sehr stabil, was ein sehr gutes Zeichen ist. Das waren schon sehr wichtige Faktoren, die dir zeigen, dass das Ganze nicht tot ist. Es entwickelt sich weiter, selbst in so einem schwierigen Markt wie jetzt, es entwickelt sich weiter und es geht einfach nach vorne, obwohl man das Ganze nicht sieht. Klar, es redet keiner mehr, aber im Hintergrund passiert schon sehr, sehr viel. Und du siehst ja auch anhand der Hashrate oder da an den Transaktionen, dass das Ganze weitergeht. So, und welche Coins werden die wahrscheinlich überleben und welche nicht? Wie kann man das herausfiltern? Wie bei so einem Unternehmen zum Beispiel, wenn da die Chefs weglaufen, wenn da die Mitarbeiter weglaufen, wenn die Kunden weglaufen, dann geht das Unternehmen wahrscheinlich Stück für Stück pleite und ist irgendwann komplett tot. Das heißt, wir können ein paar Faktoren raussuchen, wie zum Beispiel die Entwickler bei so einem Blockchain-Projekt und sehen, wie viele Entwickler waren zum Beispiel letztes Jahr, wie viele sind dieses Jahr dazugekommen und wie entwickelt sich das Projekt weiter. Denn Entwickler sind ja sehr, sehr wichtig. Wenn das Projekt nicht weiterentwickelt wird, dann kommt ein neues Projekt, was viel besser ist, was viel schneller ist und dann stirbt das Alte langsam aus und dann ist es weg. Deswegen müssen wir solche wichtigen Parameter schauen. Es gibt ein Unternehmen, der heißt Electric Capital, die machen ganz, ganz viele Analysen. So, und jetzt haben die einen Report über das Jahr 2022. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Also ein Report über die Entwickler im Kryptobereich. Da haben sehr, sehr viele Mitarbeiter mitgemacht und die haben alles, also wirklich tonnenweise Daten ausgewertet und für uns das Ganze sehr einfach auf über 180 Seiten zusammengefasst. So, also hier steht wieder das Bewerten, was die hier so alles machen. So, und wir gehen jetzt auf Seite 19 und schauen uns das Ganze mal an. Also wie viele neue Entwickler sind eingetreten jetzt bei dem Kryptobereich? Und wie du siehst, wir haben dieses Jahr das absolute Alltime High, 61.000 neue Entwickler sind in die Kryptowelt dazugekommen. Ist das nicht verrückt? Im Jahr 2021, wo alles sehr hoch war, wo jeder über Bitcoin, Ethereum und so weiter gesprochen hat, es waren 48.000. Und dieses Jahr, wo alles tot ist oder wie die Leute sagen, es ist alles tot, wir haben jetzt plus 61.000 neue Entwickler. Das ist doch schon echt krank, oder? Also man sieht auf jeden Fall, wie krass sich das Ganze entwickelt. Im Jahr 2014 waren insgesamt 3.000 neue Entwickler und im Jahr 2022 haben wir 61.000 neue Entwickler. Das ist doch verrückt. So, dann gehen wir auf Seite 55. Da geht es um Ethereum. Wenn dich das interessiert, dann kannst du selber hier was nachlesen. Ganz kurz gesagt, bei Ethereum ist alles super. Die entwickeln sich super weiter. Es wächst und wird zu so einem Schneeball. Ich weiß nicht, aber vielleicht, wirklich vielleicht kann Ethereum von Market Cap sogar Bitcoin überholen. Das kann passieren, weil es sind unglaublich viele Entwickler, unglaublich Projekte, viele Projekte auf Ethereum aufgebaut. Also wie gesagt, das kannst du dir gerne selber anschauen. Und wir machen jetzt weiter auf Seite 70. Hier sind Vollzeitentwickler. Das heißt, Menschen, die wirklich Vollzeit an einem Projekt arbeiten. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Parameter, den wir uns anschauen sollten. Hier siehst du den Vergleich zu 21. Also das ist hier 21. Und das, was hier nach oben geht, ist 22. Das heißt, diese mittlere Linie ist wichtig. Das heißt, unter der Linie sind weniger Entwickler geworden im Vergleich zu 21. Alles, was über der Linie ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Zuwachs von Entwicklern. So, was können wir hier sehen? Ethereum ist, die haben ein bisschen zugelegt, nicht viel, aber die haben zugelegt. So, auf Platz 2 ist Polkadot. Polkadot hat fast 800 Vollzeitentwickler. Vollzeitentwickler auf Polkadot. Überleg dir das mal 800. So, dann kommt Kosmos und dann kommt Solana. Es wird zwar über Solana viel gesprochen, dass die ganzen Entwickler weglaufen, dass die tot sind. Aber wie diese Auswertung zeigt, Solana ist nicht tot und die haben ungefähr 400 Vollzeitentwickler, die jetzt an Solana arbeiten. Dann wird hier immer wieder reingezoomt. Also immer weiter reingezoomt in diesen Bereich und so wird das Ganze ausgewertet. Dann siehst du zum Beispiel eher kleinere wie Polygon, Nia, Cardano und hier zum Beispiel B&B Chain. Die haben ziemlich abgebaut. Das heißt, die haben weniger Entwickler im Vergleich zum letzten Jahr. Womit das zusammenhängt, kann ich dir nicht sagen. Dann siehst du auch hier Startnet plus 243% Zuwachs an Entwicklern. Cardano plus 14% ist ein kleiner Plus, aber Cardano ist auch schon sehr alt. Und die entwickeln sich, aber die entwickeln sich sehr, sehr langsam. So, hier siehst du das nochmal. Dann kann man heute noch weiter reingehen. Und hier sind zum Beispiel sehr neue Blockchains wie zum Beispiel Aptos und die sind einfach nach oben geschossen. Die haben gleich, also letztes Jahr hatten die irgendwie acht Entwickler und jetzt haben die schon 80. Also das ist auch ein kranker Zuwachs. Sui zum Beispiel, diesen Coin gibt es noch gar nicht. Der kommt in den nächsten Wochen oder Monaten raus. Und der hat jetzt schon mehr Entwickler als zum Beispiel hier so ein Flow oder sowas. Verstehst du? Also das sind neue oder zwei neue, sehr interessante Projekte, in die man vielleicht investieren könnte. Nicht alles, aber vielleicht 0,5 bis 1% von deinem Kapital könnte man überlegen, da zu investieren. In Aptos habe ich rechtzeitig investiert zu einem Durchschnittspreis von 4,2 Dollar. 4,2. Wir sind jetzt heute bei 13. Ja, also in solche Projekte kann man immer wieder investieren mit wenig Geld. Segrave ist auch hier. Die haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Einfach halt mal schauen, was passiert. So, hier siehst du dann auch, es wird halt immer reingezoomt. Und du siehst hier die ganzen Projekte, wie die sich entwickeln. So, Segrave, bloß 47%. Ja, guck dir das einfach an. Polygon, Solana, Cosmos, Polkadot, Ethereum. Das sind die Tops. Also wirklich, das sind die Tops laut dieser Auswertung. Die ganzen Entwickler oder die meisten Vollzeitentwickler sind auf diesen Projekten. Also ich finde, man sollte diese Projekte auf jeden Fall im Portfolio haben. Ja, wenn du auf mehr Sicherheit gehst, wenn du nicht spekulieren möchtest, dann sollte man vielleicht überlegen, diese Projekte zu kaufen. Denn hier sind die meisten Entwickler und da, wo die meisten sind, die überleben auch am wahrscheinlichsten. Das ist meine Meinung. Ich sehe das wie ein Unternehmen. Wenn ein Unternehmen viele Kunden hat, viele Entwickler, die entwickeln das Ganze weiter. Es wird immer besser, immer schöner, immer schneller und dann wächst das Ganze zusammen. Aber wenn du siehst, dass die ganzen Entwickler, die Ingenieure weglaufen, dann geht das Unternehmen auch langsam kaputt, weil es ist ja nichts mehr da, was das Ganze besser macht. Und dann kommt ein neuer, ist besser, schneller und zack, sind die alten wieder vergessen. Wir schauen auch ganz kurz auf die Seite 120 und hier sehen wir auch alle Entwickler, aber das Ganze zusammengefasst von Null, also von der Geburt, weil das Ganze rausgekommen ist und bis jetzt. Und wie du siehst, Ethereum, der toppt einfach alles. Die sind erstmal sehr langsam gewachsen, aber dann komplett explodiert. Also auf Ethereum werden die meisten Projekte aufgebaut und das ist auch sehr, sehr gut. Und deswegen ist das Altcoin Nummer 1, den sollte man auf jeden Fall haben. Dann Polkadot, wir sehen, die sind sogar aggressiver gewachsen als Ethereum und die sind jetzt hier. Hier ist Solana und Cosmos wächst auch ziemlich, ziemlich stark und also so ähnlich wie Ethereum auch. Dann wird hier auch reingezoomt, hier zum Beispiel. Und dann sehen wir, dass BNB, die bauen ab. Die erstmal sind ja auch so stark gewachsen wie zum Beispiel Polkadot, aber dann haben die nachgelassen. Und jetzt ist BNB ungefähr hier. Und wenn du in Krypto-Projekte investierst, dann sollte man auf jeden Fall hier reinschauen, wo sind denn die ganzen Entwickler. Hier zum Beispiel Solana, Polygon, Kusama, Nier. Guck mal, BNB hat sehr abgebaut. Ja, Aptos, guck mal wie stark die wachsen. Die sind extrem stark gewachsen, also sehr schnell, sehr aggressiv gewachsen. Sui entwickelt sich auch ziemlich gut. Wie gesagt, der Coin ist noch gar nicht rausgekommen, aber die sind schon hier oben. Hier sind sehr, sehr viele Parameter, Zeichen, Faktoren, alles Mögliche. Wenn dich das interessiert, dann kannst du dir das gerne selber anschauen und das findest du auf Electric Capital, diese Auswertung. Das ist natürlich keine Garantie, dass genau diese Coins überleben. Aber wie ich denke, da wo die meisten Entwickler sind, diese Coins werden auch überleben. Denn es macht ja gar keinen Sinn, diese Coins zu scammen, wo die meisten Entwickler sind. Das macht ja echt wenig Sinn. Und da wo die Entwickler weglaufen, das kann man ja hier verfolgen, da sollte man vielleicht überlegen, jetzt auszusteigen oder im nächsten Bullrun auf jeden Fall auszusteigen. Denn da wo die Leute weglaufen, das will keiner mehr haben und das stirbt langsam aus. Das ist meine Meinung. Das Jahr 2022 war echt nicht gut für die meisten, aber trotzdem wächst das Ganze weiter. Und du siehst ja, das kann man nicht mehr aufhalten. Die Entwickler, die Unternehmen, die Nutzer, es wächst immer größer, immer größer, immer heftiger. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Willst du in Geld das Geld lassen oder willst du das Ganze investieren? Wie ich hier schon gezeigt habe am Anfang des Videos, in was willst du investieren? Über die letzten 200 Jahre hat der Dollar über 95% verloren, also ist hier unten. Und hättest du in Aktien investiert, dann hättest du jetzt 70 Millionen Prozent, also im Schnitt 6,6%. Ist das nicht krank? Du hältst das Geld in Geld, weil du denkst, das ist sicher, verlierst aber 95% oder du investierst in Aktien, bekommst nur deine 6,6% und hast nach 200 Jahren 70 Millionen Prozent. Klar, das sind jetzt 200 Jahre, man lebt nicht so lange, aber das zeigt einfach, was dieses langfristige Denken ausmacht. Ja, du hast es in der Hand, ich kann dich nicht dazu zwingen zu investieren, das ist nur deine Entscheidung, was möchtest du tun?